Hallo, ich nützü... Ja, ich kann aber noch nicht so gut reden. Bedanken für all die guten Glückwünsche von euch, all die netten Glückwünsche von euch zu meinem Geburtstag, während ich auf Klassenfahrt war. Einfach nur wunderschön. Ich war einfach gerührt von manchen, weil ich von den Personen einfach saulange nichts gehört habe und sie mir trotzdem gratuliert haben. Und ja, einfach danke, danke, danke. Und auch so habe ich mich saumäßig gefreut über die ganzen Glückwünsche. Das ist wirklich nur eine kleine Aus... Ja, danke an euch. Wir haben jetzt bald die 700 Abos erreicht. Mega geil. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.